Habt ihr eine weiße Kerze und wollt sie dekorieren? Hier ein Tipp. Ihr benötigt eine Kerze in der Farbe weiß, eine Serviette und einen Föhn. Die Serviette einmal um die Kerze herum schön anmachen, darüber halten und fertig seid ihr mit dem Geschenk. Das Einpacken der Kerze wird in einem anderen Video, äh anderen Türchen, Gehzeit. Buchstaben gesehen, schreibe ihn dir auf und vielleicht kommst du schon auf das Wort. Warte aber noch bis zum 24. und schreibe es hier herein. Untertitelung des ZDF, 2020